Hallo, liebe Stimmenfanghörer. Die Redaktion macht ja gerade Sommerpause. Die nächste reguläre Episode hören Sie am 15. August. Aber bis dahin möchten wir Sie gerne an unseren aktuellen Höreraufruf erinnern. Vielleicht haben Sie ja Lust, mitzumachen. Ich hatte es in der vergangenen Episode schon erzählt, es geht um unsere deutsch-deutsche Geschichte. Im Herbst, in ein paar Monaten, am 9. November, jährt sich ja der Mauerfall zum 30. Mal. Und wir schätzen, dass unter unseren Stimmenfanghörerinnen und Hörern auch einige sind, die im Jahr 1989, also im Jahr des Mauerfalls oder danach, geboren sind. Und mit Ihnen, also der Generation Vereinigtes Deutschland, möchten wir eine der nächsten Podcast-Episoden gestalten. Uns interessiert, wie einig erleben Sie Deutschland zurzeit, ganz aktuell? Wo und wann in Ihrem Leben, ob nun in Ost- oder in Westdeutschland, merken Sie, dass das nicht immer so war und es noch heute Distanz, Unterschiede, vielleicht ein Gefühl von Fremdheit gibt? Wenn Sie also aus der Generation 89 unter Nachkommen, dann erzählen Sie uns Ihre Geschichte. Wie einig erleben Sie Deutschland ganz persönlich? Schicken Sie uns dafür gern wieder eine WhatsApp-Sprachnachricht an die 040-380-80400, nochmal, 040-380-80400 oder schreiben Sie uns eine Mail an stimmenfang-at-spiegel.de. Wir sind gespannt und freuen uns sehr auf Ihren Input. Die nächste reguläre Stimmenfang-Episode erscheint, wie gesagt, am 15. August, dann sind wir aus der Sommerpause zurück und Sie hören uns dann wie immer auf Spiegel Online und allen gängigen Podcatchern wie Apple Podcasts, Spotify oder Castbox. Wir hier aus der Redaktion wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.